So, Christian war bei der Lugner-City und hat was gegessen? Ne Heuschrecke. Aha. Hast du jetzt Heu gegessen oder ne Schrecke? Reis. Und wie schmeckt Heu? Ja genau, dumm wie Heu bist du. Nein, Spaß. Es schmeckt so gut. Fütterst du deine Heuschrecke oder warm bist du oder was? Ja, ich freue mich. Fütterung meine Heuschrecke. Und was hast du bekommen? Schauen wir mal. Oh, so mag ich aus. Pass auf. Warte, man sieht nicht nur. Ja, cool. Ich habe dann drei Anläufe vorgelegt. Die ersten beiden Male war der Uhr ekel. Beim dritten Mal habe ich einfach den Mund in den Mund geben und dann einfach zu bissen. Ja. Und in der Mitte durch und dann weiter bissen. Und wie hat es geschmeckt? Das Auge war ein bisschen schleimig. Die Flügel waren ein bisschen knussprig, aber ein bisschen hart auch. Und dann konnte man nicht nur einschmeißen und sonst hat man nichts geschmeckt. Hm. Hm, lecker. Nachtisch für die Heuschrecke? Mhm. Ah, okay. Ach, warum steht die Cola für eine Flasche da? Damit du sagst... Warum ist da Ronschensack drin? Das ist... Das war ein Mikronsäure. Scheiße. Nein, Scheiße ist nicht drin, Mann. Vielleicht hat die Heuschrecke noch geschissen. Vielleicht... Scheiße. Vielleicht hat... Was hat du mit Scheißern? Das gebe ich mir die... Was? Auf die Bühne kommt und lasst du Schloss her. Ja, eh. Das Beste sollte man sich vom Schloss aufheben, oder? Ja. Hey, vielleicht hat die Heuschrecke... Vielleicht hat die Heuschrecke geschissen. Hm, lecker, Christian. Dann habe ich gerade den Schiff von mir gegessen. Hm. Okay, tschau. Willst du wen grüßen? Nein. Außer der Heuschrecke und dir. Nein, tschau. Tschau. Prost. Danke, tschau. Tschau.